So, das ist wirklich cool geworden. Das Spannende ist, das Verfahren, das hilft uns total, denn das ist ein Hochdruck-Pasteurisieren. Und das hat zur Folge, dass alle Inhaltsstoffe wirklich erhalten bleiben und es entwickelt sich eben null Geruch. Und natürlich haben wir uns dafür entschieden, möglichst gesundes Futter zu machen. Selbstverständlich gibt es null künstliche Zusatzstoffe. Barfen war ja sonst immer total kompliziert. Das ist bei uns alles total einfach. Du kannst die Portionen ganz leicht dosieren. Das Ganze kommt nur im Kühlschrank. Und man hat keinen großen Stress mehr damit. Frische Rohstoffe, abwechslungsreich füttern, so geht gesunde Hodenernährung.